Na Pixi, willst du heute mal aus dem vollen schöpfen? Guck mal. Uff, da füllst du gleich vom Tisch. Greif zu. Zu viele? Nee, da nicht. Da ist was anderes drin. Das magst du auch gar nicht. Du bist eine Pflaume. Pixi, da stehen sie heute mal. Ohne Deckel. Die volle Ladung. Nimm dir was. Ja, siehst du. Hm, kannst es gar nicht fassen, ne? So, viele. Kann ich wegbringen? Und tschüss. Guten Appetit. Das ging ja schnell. Zack. Doch gleich noch einen holen. Guck mal. Schmeckt mir? Patsch, patsch. Na los, hol dir noch eins. Dann ist der Deckel gleich wieder drauf. Jawohl. Hm. Wollte mal gucken gehen, ob du die da alle nur hinlegst oder ob du die auch gegessen hast. Machen wir mal hier vorsichtshalber erst mal den Deckel wieder drauf. Patsch. So, und jetzt gehen wir mal gucken. Okay, sieht gut aus. Hast du wohl gegessen. Und ich denke, Pixi, wir räumen mal wieder deinen Dachgarten auf, ne? Ja, hast du ordentlich gebunkert hier wieder, ja? Oder willst du das noch ein bisschen behalten, deine ganzen Schätze? Ja, gut, dann darfst du noch ein bisschen behalten. Lass es dir so viel Mühe geben, ne? So viel Mühe geben. Ptsch. So viel Mühe geben. Also, jetzt gehen wir bitte aus. Vielen Dank.